Der weibliche Zyklus und so wie ich ihn lebe und so wie ich mir wünsche, dass ihn sich, also dass ihn viele Frauen wieder integrieren und leben, das ist was ganz was anderes. Das ist so viel mehr als eben diese Reduktion auf irgendwelche Hormone. Diese individuelle Energie und das Wissen darüber, dass es der Schlüssel ist zu einem erfüllten Leben. Desto mehr du bei dir bist, desto mehr schwingst du in deinem eigenen Rhythmus. Das etabliert sich dann. Es ist genau das gleiche Muster. Du hast einen Zyklus, der regelmäßig ist und der gleichmäßig ist und vor allem der deiner ist. Du hast diese jungfräuliche Phase, du hast diese fürsorgliche Phase, du hast diese magische Phase und du hast diese Phase der Transformation dieser weißen Frau und die hast du immer. Man ist einfach pur, man entwickelt sich zu einem Wesen, so wie man als Frau schon immer gemeint war. Wenn du dir deines Zykluses bewusst bist und dann noch mal mehr, wenn du dann in der Blutungsphase bist, dann bist du so nah mit dem Schöpferischen verbunden und das kannst du erst erleben, wenn du in die Natürlichkeit und in die Kraft und in die Macht und in die Magie des natürlichen Zykluses eintauchst. So wissen und diese Akzeptanz und dieses Wissen darum, das macht für viele Frauen eben schon was auf. Wir sind in einem Zirkel und wir sind im Austausch und jeder ist für sich und macht Step by Step und das ist alles zyklisch. Also wenn man sich einfach nicht mehr wohl fühlt und man aber nicht weiß, wieso, weshalb, warum, dann ist so diese 1 zu 1 Begleitung einfach ein großes Geschenk, weil da taucht die Frau absolut in mein Energiefeld ein und ich gebe meine ganze Weisheit und mein ganzes Wissen aus den über 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, einfach weiter und ganz individuell auf diese eine Person zugeschnitten. Ich feiere dich, ich feiere jede Frau, die den Ruf hört wirklich einzutauchen und die bereit ist dafür wirklich zu investieren, nämlich in sich selbst. Das ist der einzige Invest, der sich lohnt. Investiere in dich selbst, lerne die Magie und die Kraft deines natürlichen Zykluses kennen und dein ganzes Leben und alle Lebensbereiche verändern sich. Du wirst es erleben. Es ist die pure Magie. Hol dir deine Allmacht zurück.